Ja, und ich sage ein herzliches Hallihallo, schon kurz gehört am Anfang, haben wir uns gerade gehört, 18 Uhr, heute am 17. Juli 2017, herzlich willkommen in interaktiven Rede Sprachportal. Ich werde mal kurz die Tünde Emese ein bisschen stumm schalten, weil sonst haben wir ein Echo. Ja, ihre erste Sendung hier heute Abend mit einem ganz hochkarätigen Gast, das ist die Tanja Klein. Und Tanja Klein hat ein Thema mitgebracht, beide kann man ja sagen, die Emese, die Tünde Emese, natürlich leben und lernen, so heißt es. Und die einen haben den Sendetext ja noch vor sich heute lesen dürfen. Und Tanja will einen natürlichen und ursprünglichen Weg in unsere industriellen Welt bringen, in die industrieuierte Welt bringen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, Erwachsene Möglichkeiten schaffen, wieder auf natürliche Weise zu leben und zu lernen. Denn das eine geht nicht ohne dem anderen, statt Fortschritt und Schnelllebigkeit hin zu mehr Achtsamkeit und Verbundenheit mit der Natur. Der Natur um uns herum und zu unseren eigenen. Unsere Komfortzone wird erweitert und wir können uns wieder spüren. Was das mit Survival, ich bin ja kein guter Leser, mit diesen Worten zu tun hat und inwiefern das einfache Kinderspiel, kindliche Spiel uns wieder erdet, erfahrt ihr heute in dieser Sendung. Und ich freue mich, dass Sie heute dieses Thema aufgenommen haben. Wir haben schon viel mit Freilernen zu tun gehabt. Es gab demokratische Schulen, die Leistschulen waren da, Wings war bei uns schon und heute ist Tanja Klein und dann begrüße ich mal die Töne, die Messe. Einen wunderschönen guten Abend zu euch. Mikrofon gehört euch. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer. Ich muss erst mal sagen, dass ich das erste Mal mache, diese Sendung und ich wirklich ziemlich nervös bin. Aber ich glaube, das gehört alles dazu. Also ich freue mich sehr, das hier machen zu dürfen und freue mich auch sehr, dass die Tanja Klein zu uns gekommen ist. Ich kenne die Tanja sehr gut, weil wir hier in Saarbrücken eine Leising-Schulinitiative gestartet haben. Wir haben wirklich über zwei Jahre versucht, da was auf die Beine zu stellen. Letztendlich haben wir aufgegeben, weil der Kultusministerium hätte unseren ganzen Plan so durcheinandergeworfen, dass wir vielleicht 20 Prozent davon durchgekriegt hätten, was wir wollten und dafür hat es sich nicht gelohnt. Trotz alledem hat uns dieser Weg sehr geprägt und uns sehr viel gebracht, auch für unsere Kinder. Und ja, ich werde jetzt das Mikrofon an Tanja übergeben und sie mal gleich fragen, wie sie dazu gekommen ist, zu diesem natürlichen Lernen und Leben. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, das, was du gerade erzählt hast, ist richtig. Wir kennen uns ja schon lange und haben ja auch lange diese Schulgründungsinitiative miteinander gemacht. Und auch da ging es ja schon darum, was ist eigentlich natürliches Lernen. Die Leising-Schulen sind da, glaube ich, ein sehr gutes Vorbild für uns alle, aber auch für alle diejenigen, die Leising nicht kennen oder die das dann ja auch als eine Methode wahrnehmen, muss man sagen, natürliches Lernen hat eigentlich nichts mit irgendeiner Methodik zu tun. Und jetzt war deine Frage, wie bin ich dazu gekommen, dass ich überhaupt Interesse an dem Thema habe. Also zum einen bin ich ja selber Mama für mein eigenes Kind und zum anderen, ja, wo sollen wir eigentlich anfangen, wenn wir wirklich maßgeblich nachhaltig was verändern wollen, wenn nicht bei den Kindern. Also ich habe für mich persönlich so ein innerliches Versprechen gegeben, dass ich, solange ich hier sein darf, mein Möglichstes tue für die nächsten sieben Generationen. Das klingt ganz groß, aber ich glaube, manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die schon so ganz viel ins Rollen bringen. Ja, und damals haben wir uns auch schon ganz viel darüber unterhalten, was bedeutet das eigentlich, natürliches Lernen? Also eigentlich ist es schon schwierig, das überhaupt so zu definieren, weil wir machen es die ganze Zeit. Das Kind kommt auf die Welt und tut eigentlich nichts anderes als zu lernen, ohne unser Zutun. Und es würde auch die ganze Zeit damit weitermachen, wenn wir es nicht ständig unterbrechen würden mit unseren Ideen und Vorstellungen davon, wie es eigentlich sein sollte. Ja, und jetzt gerade habe ich nochmal einen ganz neuen Weg für mich gefunden über die Wildnispädagogik. Und ja, das Wort Pädagogik im herkömmlichen Sinne ist da vielleicht ein bisschen fehl am Platz, denn eigentlich geht es nicht um Pädagogik, so wie wir das hier verstehen, sondern es ist eigentlich genau das, was wir auch im Leising schon kennengelernt haben, nämlich am Anfang von allem steht die Neugier, der Forscherdrang und die Frage nach dem, was es zu entdecken gibt. Und ein ganz gutes Beispiel dafür, was ich so glaube, auf welche Art und Weise natürliches Lernen geschieht, kann man zum Beispiel beim Pferdenlesen gut beobachten. Wenn wir mit Kindern in den Wald gehen und wir eine Tierspur entdecken, dann neigen wir oft dazu, das direkt zu kategorisieren und der Sache einen Namen zu geben. Ach, das war jetzt bestimmt das und es war bestimmt ein Reh. Aber Kinder gehen normalerweise auf einen natürlicheren Weg ran und gucken erstmal, wie tief ist die Spur, wie groß ist die Spur. Dann kann man es ausmessen und dann kommt man von einer Frage auf die nächste. Und das ist eigentlich das, was in der Wildnispädagogik passiert oder in diesem Naturmentoring, dass man so wenig Antworten wie möglich gibt, sondern immer wieder einfach nur die Begeisterung hält. Und dann sieht man, wie groß die Spur ist, guckt sich die Umgebung an. Welche Pflanzen wachsen hier? Welches Tier könnte Interesse haben, sich hier aufzuhalten? Was frisst das Tier? Wo ist es hingegangen oder wo kam es her? Und so führt dann eins zum anderen her und so führt dann eins zum anderen. Und was eigentlich unsere Aufgabe als Erwachsene ist, ist eigentlich nur den Raum zu halten für diesen Forscherdrang, für die Begeisterung der Kinder, die Dinge auf ihre Art und Weise selbst herauszufinden. Und das nicht zu unterbrechen. Und Namen wie Pflanzennamen oder Vogelnamen kommen eigentlich dann erst ganz zum Schluss, wenn überhaupt, guckt, um das vielleicht in einem Bestimmungsbuch nachzugucken. Aber eigentlich geht es um was anderes. Es geht hauptsächlich darum, auch wahrzunehmen. Also wenn die Frage ist, welche Pflanze ist das, erstmal zu gucken, wie sieht die aus? Wie riecht die? Was nehme ich eigentlich wahr? Und die Aufmerksamkeit nochmal auf die eigene Wahrnehmung zu lenken. Weil in dem Moment, wo du sagst, das ist Löwenzahn, ist der Deckel drauf. Dann ist es zu. Du weißt dann, welche Pflanze es ist. Das Kind weiß, welche Pflanze es ist. Und dann gibt es nicht mehr viel zu entdecken erstmal. Ja, also es ist sehr interessant. Also diese Bildnispädagogik ist sehr, ist eigentlich dasselbe wie natürliches Lernen. Und das, wo wir, Tanja, teilen wir einen Fan. Und das ist nämlich der Gerhard Hüther. Ich weiß da, glaube ich, können sehr viele was mit ihm anfangen. Er sagt ja auch, also das Wichtigste ist diese Begeisterung. Also und das Interessante ist, ich wollte halt dieses natürliches Lernen wegen meiner Tochter. Seit ich damit angefangen habe, ist das Schöne, dass ich diese Begeisterung wieder gefunden habe, für mich auch, um zu lernen. Und das macht uns lebendig. Und ja, das ist halt das Schöne. Also diese Lebendigkeit, was man dabei empfindet. Und ja, also, Tanja, wie ist das bei deiner Tochter, was das natürliches Lernen angeht? Bei der Melina ist das genau wie bei allen Kindern. Solange man sie in diesem Zustand lässt und sie entdecken lässt, macht sie das ganz automatisch. So wie alle anderen Kinder das auch ganz automatisch machen. Und eigentlich, ja, also das Kind kommt ja mit vielen, vielen Fragen auf die Welt. Also ein Kind zwischen vier und fünf Jahren stellt ungefähr 400 Fragen am Tag. Und es hört damit auf, wenn es eingeschult wird in der Regel. Ich glaube, wenn man diesen Fragen einfach ihren Raum lässt und da mitgeht und sich vielleicht auch anstecken lässt von dieser kindlichen Begeisterung und von der Neugier und wir auch nochmal so ein Stück weit zurückgehen können dahin, dann bereichert uns das alle genau das, was du eben gesagt hast, dass du dich wieder lebendig fühlst dadurch, dass du diesen Weg mit Maya gehst. Ja, und für Melina ist das natürlich, ich würde schon sagen, dass das für sie ein Geschenk ist, dass sie den Raum hat, ihre Umwelt einfach so zu entdecken. Und wo wir dann auch wieder in den Entwicklungsraum Natur kommen, denn viele Entwicklungsräume, die wir heute haben, sind von Menschen geschaffen. Ob es jetzt die Wohnung ist oder der Spielplatz oder die Schule oder der Kindergarten, Geschäfte, das ist nicht falsch. Aber in diesen vorgefertigten Entwicklungsräumen kannst du halt immer nur vorgegebene Erfahrungen machen bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist das, was die Natur für uns alle bereithält, eine andere motorische Entwicklung und auch eine andere geistige Entwicklung. Weil du kannst, wenn du ein Kind in den Wald lässt, kann es ja gar nicht anders, als zu entdecken und zu spielen. Weil eben nichts vorgegeben ist und weil so viel Raum ist für die eigene Kreativität und für den eigenen Drang danach, irgendetwas zu erschaffen auch. In der Natur geht es auch ganz viel darum, miteinander zu arbeiten. Also du musst ja natürlich auch viel achtsamer sein, wenn du draußen unterwegs bist und im besten Fall die Möglichkeit bekommst, den Boden wirklich zu spüren und barfuß zu gehen. Und ich glaube, dass das Erfahrungen sind, die heute größtenteils zu wenig gemacht werden. Und ich sehe das vor allem daran, dass wenn ich mit Kindern im Kindergarten arbeite, dass denen ganz oft das Gefühl für den eigenen Körper auch fehlt. Also es wird sich von allen Seiten auch ganz viel beklagt. Die Kinder haben zu wenig Bewegung, aber sobald man Kinder sieht, die in der Natur sind, bewegen die sich. Die hüpfen, die springen, die klettern, die können gar nicht anders, als diesem Impuls nachzugehen. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich eben auch hinaus wollte, dass in diesen vorgefertigten Räumen zu wenig Platz dafür ist auch, dass die Kinder sich auf ganz viel verschiedene Weise bewegen können und sich ausprobieren können. Aber mir geht es eigentlich da nicht nur um Kinder. Ich finde das für Erwachsene gleichermaßen wichtig. Ich finde es für uns auch wichtig, weil wenn wir nicht bei uns anfangen, dann können wir den Raum halt auch nicht halten und dann können wir es halt auch nicht weitergeben. Das ist ganz einfach so. Genau das wollte ich ja auch fragen, weil wenn man von natürliches Lernen hört, dann denkt man immer, das ist nur für Kinder. Aber eigentlich geht es um die Erwachsenen, also nicht fast viel mehr. Das hat damit zu tun, dass unsere Kinder uns kopieren. Und wenn ich in der natürlichen drin bin, dann kommt mein Kind auch, also dann ist mein Kind auch in der natürlichen drin. Und in dem Moment, wo ich als Erwachsener voll in dieser Hamsterrad rein drin bin, kommt mein Kind automatisch aus der natürlichen raus. Und deswegen, ja, also habe ich für mich entdeckt, wie wichtig das ist, dass für uns Erwachsene auch jetzt, ganz egal, ob wir Kinder haben oder nicht, immer wieder zu fragen, ob ich jetzt, ob ich in dieser Natürlichkeit drin bin oder funktioniere ich nur. Und jetzt habe ich eine Frage noch an den Tanja mit dieser Wildnispädagogik. Was geschieht da genau und was hat dich bewegt, diese Ausbildung Wildnispädagogik zu machen? Also in der Wildnispädagogik geht es, ja, auf der einen Seite geht es natürlich ganz viel um Skills. Was, also diese ursprünglichen Sachen, wie mache ich Feuer? Wie kann ich draußen mir Schutz und Wasser suchen? Wie kann ich mir eine eigene Schutzbehausung bauen? Also diese ganzen Sachen, die man auch so in die Survival-Ecke packen würde, haben da einen großen Raum. Es geht ganz viel um Naturhandwerk. Es geht darum, in die eigene Kraft zu kommen und Sachen wieder selber herzustellen. Sei es Schalen, Löffel, Gabeln, Körbeflechten, Schnüre aus Naturmaterialien herstellen. Was auch nochmal so ganz viel dazu beiträgt, so raus aus so einem Gefühl des Mangels zu kommen und auf einmal so zu merken, es ist ja eigentlich alles da. Es ist alles da, was du brauchst. Du musst nur deine Aufmerksamkeit drauf lenken, dass es da ist. Und dann ist es aber auch so, dass ein Großteil oder ich würde sogar aus meiner Erfahrung sagen, der größte Teil der Wildnispädagogik ist eigentlich die innere Haltung, die dabei entsteht oder wieder aktiviert wird. Das ist eine Rückerinnerung. Und die Wahrnehmung wird geschult. Nicht nur die körperliche Wahrnehmung, sondern auch, du musst dir das vorstellen, dass wir, wenn wir in der Wildnisschule sind, mit knapp 20 Menschen zusammen sind, über mehrere Tage. Und wir sind die ganze Zeit draußen bei jedem Wetter. Und was dort passiert ist, und ich dachte zuerst, das wäre ein Phänomen der Schule, an der ich teilnehme oder dass die Gruppe einfach gut harmoniert. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass das tatsächlich in allen Schulen bei jedem Kurs so ist, dass die Menschen nach knapp zwei Tagen wirklich zusammenwachsen als Einheit. Und es liegt unter anderem daran, dass wenn du draußen bist und du dem Wetter ausgesetzt bist und allem, du gar keine andere Möglichkeit hast, als das zu machen, was alle Naturvölker schon seit ich weiß nicht wie viel Jahren machen. Was unser aller Ursprung war, nämlich zusammenzuarbeiten und immer wieder auch darauf zu achten, was brauche ich und auch was braucht es für die ganze Gruppe. Also dieses Miteinander ist, also es ist eigentlich, entsteht dort ein Feld von Frieden, weil wir alle, das heißt nicht, dass es keine Konflikte gäbe oder, aber durch unsere Kernroutinen und die Rituale, die da stattfinden, gibt es immer wieder einen Raum, in dem jeder gehört wird. Also ich glaube, so das ganz Wichtige oder was für mich essentiell wichtig ist, ist die Kreiskultur, dass halt immer jeden Morgen und jeden Abend im Kreis miteinander gesprochen wird. Das, was früher eigentlich, was wir alle gemacht haben. Ich denke auch heute manchmal noch, wie gut es wäre, wenn es in jedem Ort noch eine Feuerstelle gäbe, wo die Menschen sich versammeln können und sich austauschen können. Und in diesem Kreis darf jeder sprechen und darf nicht unterbrochen werden, das passiert nicht. Und jeder weiß immer, wie es dem anderen geht. Und wenn wir uns jetzt morgens treffen und der eine sagt, er hat schlecht geschlafen und es geht ihm nicht gut und jetzt regnet es schon seit zwei Tagen und er hat eigentlich keinen Bock mehr, dann wissen das alle anderen und wir gehen automatisch anders miteinander um. Es geht nicht so viel verloren. Wow, also da sind sehr viele Stichpunkte, wo ich darauf eingehen möchte. Also das erste war wirklich, wo du gemeint hast, dann ja, man kommt aus Mangel raus. Also genau das ist es, weil wir ein Mangel sind, denken wir haben gar keine Zeit für das Natürliche, weil wir müssen funktionieren. Aber eigentlich sind wir im Mangel, weil wir ja die ganze Zeit am Funktionieren, also nur funktionieren, statt zu leben. Und das ist wirklich eine sehr, wie soll ich sagen, sehr wertvolle Sache, wenn wir auf einmal merken, die Natur eigentlich gibt uns alles, was wir brauchen. Und das geht schon Richtung Anastasia so ein bisschen. Alle, die die Bücher kennen, okay, ich habe auch nur die ersten zwei gelesen. Aber ich muss sagen, der erste Buch hat mir schon sehr, sehr viel gegeben, weil ich schon als kleines Kind wirklich daran geglaubt habe, dass ich überleben könnte draußen. Dass da alles da ist, was ich brauche. Und ja, wenn man das weiß, wenn einem das so bewusst wird, dann kann man wirklich automatisch aus diesem Mangelgefühl rauskommen. Ja, ich muss aber, weil ich brauche das und ich muss das kaufen. Und gerade diese große Konsumsache, ja, wir kaufen oft Sachen, die wir gar nicht brauchen. Einfach nur, weil, keine Ahnung, in dem Moment denken, wir brauchen das und dann liegt es in der Ecke. Ja, gut, und jetzt fällt mir der nächste nicht genau ein. Also, da waren mehrere Punkte. Kannst du mir vielleicht gerade helfen, was war da noch? Ich würde gerade erst mal nochmal ganz kurz auf das einnehmen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir eigentlich im Mangel sind, weil wir die ganze Zeit funktionieren. Und die Krux an der Sache ist ja, dass man es nicht mehr wahrnimmt, also dass man es irgendwann nicht mehr spürt. Und dass du es erst dann wieder anfängst zu spüren, wenn du den Raum hast oder dir selber auch den Raum gibst, um rauszugehen und dich selber zu erden. Weil wir sind ja Natur. Und es ist wie so eine innere Software, an die du andockst. Wir haben viel, viel länger draußen gelebt, als wir jetzt drinnen leben und, wie du so schön sagst, Sachen kaufen und das alles. Und es ist in uns drin. Es ist einfach nur eine Rückerinnerung an das, was sowieso da ist. Ja, und was ich eben noch gesagt habe mit den Kernroutinen und der Kreiskultur, vielleicht wolltest du darauf noch zu sprechen kommen. Das sind Werkzeuge, die die Wildnispädagogik zur Verfügung stellt, würde ich sagen. Also es gibt noch andere Routinen. Die Sitzplatzroutine ist zum Beispiel, dass du dir einen Platz in der Natur suchst. Und da wird allein da schon nur bei dieser Platzsuche, wird ja schon die Wahrnehmung geschult, weil du musst dir ja einen Platz aussuchen, zu dem du dich hingezogen fühlst. Und dass du diesen Platz regelmäßig aufsuchst und einfach da bist und beobachtest. Am besten so über das ganze Jahr vielleicht auch, wenn du dann wieder zu Hause bist, Notizen machst. Wie hat sich das verändert? Welche Pflanzen sind zu welcher Jahreszeit da? Oder vielleicht auch eine Skizze machen willst oder ein Foto? Also es wird, du wirst heimisch. Das wird dein Platz. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Frage du dazu hattest. Ja, also ich sollte mir nächstes Mal Notizen machen. Ja, also da war noch was gewesen, wo du gesagt hast, dass man, also diese Aktsamkeit, genau, es ging um die Aktsamkeit und auch daran, dass die Gruppe dann zusammenwächst und eine Gemeinsamkeit hat sozusagen. Und ja, das ist wiederum genau das, was uns genommen wird. Also ich möchte jetzt was dazu sagen. Ja, ich denke schon, dass es reinpasst, weil der Schuldirektor hat zu uns gesagt, wo die Schule angefangen hat von meiner Tochter, es gibt kein Hitzefrei mehr. Ja, und warum es nicht gibt? Ja, ganz einfach, weil es überhaupt niemand mehr da ist, die für die Kinder da wäre. Beide Eltern gehen arbeiten und die Kind muss in die Schule. Das ist ja schon ganz klar. Ja, geht ja gar nicht. Wo soll sie denn hin? Und also das finde ich schon mal so weit weg von der Natur, dass man nicht einmal sagen kann, okay, jetzt bleiben wir mal zu Hause, weil es einfach zu heiß ist. Man kann da gar nicht lernen oder sonst was. Nein, es ist alles schon so organisiert und dann kommen die Eltern nach Hause, sind fertig mit der Arbeit. Das Kind ist fertig von der Schule und man setzt sich dann vielleicht noch vor Fernseher oder isst vielleicht noch Abendessen zusammen. Also das ist schon mal gut, wenn man das macht. Ja, und das war es, der Tag ist gelaufen und dann geht jeder seinen Weg und man fragt sich dann, warum so viele Familien kaputt gehen, weil eigentlich überhaupt gar keine Gemeinsamkeit mehr da ist. Jeder lebt nur seins halt und zwar das Funktionieren und überhaupt nicht mehr natürlich und es wird auch nicht mehr wirklich ausgetauscht oder halt, ja, oder diese Zusammenwachsen. Ja, also das hat mir so gut gefallen, dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammenarbeiten was, ne, Zusammenerleben und dann auch diesen Kreis und darüber reden, sich hinsetzen, Aktsamkeit geben und, ja, also das waren so, finde ich halt alles sehr, sehr interessant und wir sollten alle schauen, dass wir ein bisschen mehr immer wieder uns Zeit nehmen können, da zurückzukommen. Ja, weil ich glaube, dass uns das sehr, sehr viel Energie gibt. Ja, das passt sogar eigentlich sehr gut, was du sagst. Es ist richtig, die Kinder können keinen hier zu frei haben, weil nicht genug Betreuungspersonen da sind. Bezugspersonen, Betreuungspersonen ist eigentlich nicht das richtige Wort. Wir haben was verloren, also wir haben unsere, wir haben unseren Stamm verloren. Das ist es, wir sind weggegangen von den Mehrgenerationenhäusern, von der Großfamilie hin zu Kleinfamilien, mittlerweile überwiegend Alleinerziehenden. Das, also manchmal finde ich es auch erschreckend, wie normal das ist oder wie die Werte sich so verschoben haben, also wie das so selbstverständlich ist, das Kind bis ganz, ganz spät in die Betreuung zu geben, damit man eben genug Geld verdienen kann, um seine, ich sage es mal in Anführungszeichen, Existenz zu sichern. Und wie unnormal das ist, eben auf viele Dinge zu verzichten, um eben mehr Zeit für das Kind zu haben. Und ich sehe das auch als ein schwieriges Thema, weil ich glaube, je weniger Bezugspersonen das Kind hat oder je mehr Zeit es eben in dieser vorgefertigten Institution Schule verbringt, umso mehr geht halt diese Familienkultur auf. Ich sehe natürlich auch viele Alleinerziehende Mütter. Ich bin selbst Alleinerziehende und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe die, ja, die ersten sechs Jahre meiner Tochter war die oberste Priorität, dass sie so wenig wie möglich fremd betreut wird. Das habe ich auch geschafft. Aber das wird zunehmend schwieriger. Und was aber auch ein wichtiger Faktor bei dieser Überlegung ist, ist, dass unsere Kinder, also man hört ja oft so von außen, man sieht gar keine Kinder mehr draußen alleine spielen. Das stimmt. Es gibt wirklich wenige Kinder, die alleine rausgehen zum Spielen und Regeln alleine untereinander abmachen können, ohne dass nicht ständig ein Erwachsener dabei ist. Das ist eine Entwicklung, die ich schon länger beobachte. Und es liegt natürlich unter anderem daran, dass viele Kinder bis spät fremdbetreut sind und sich dann um fünf Uhr nicht mehr verabreden, um rauszugehen. Es ist ja auch nicht mehr viel Tag übrig. Und auch dieses, es ist ja gar nicht nötig, im Kreis zu sitzen dafür. Einfach dieses, den anderen zu sehen und wirklich interessiert zu sein, wie geht es dir gerade, was war heute und wie geht es mir. Das, wo du eben auch Gerald Hüther angesprochen hast, den ich sehr schätze, ist so das, was Gerald Hüther sagt, was uns wegbringt von der Objektbeziehung wieder in die Subjektbeziehung. Also daran interessiert zu sein, wie es dem anderen geht und ihn nicht zum Objekt meiner Vorstellungen zu machen. Also wenn deine Tochter dir erzählt, wenn sie sich öffnet und sagt, heute in der Schule habe ich gemeckert gekriegt, weil das und das und das, dann neigen wir Erwachsenen oft dazu, den Besserwisser raussehen zu lassen und sofort einen Spruch hinten dran zu setzen, anstatt einfach mal zu fragen, wie ging es dir denn damit und einfach das mal stehen zu lassen. Ja, wolltest du noch was sagen dazu? Ja, genau. Ich denke, da geht es genau um nicht zu urteilen, also jemanden zu hören, also Achtsamkeit zu geben, jetzt mal ganz egal, ob Kind oder Erwachsene und nicht zu urteilen. Ja, dir geht es schlecht, weil du bestimmt zu wenig Wasser getrunken hast, zum Beispiel. Ja, das war jetzt nur, aber es ist wirklich so, dass wir das sehr oft dann kommentieren, statt einfach nur achtsam zu sein und die Achtsamkeit zu geben. Und das ist immer wieder der Punkt auch, weil wir gehen jetzt natürlich sehr viel Richtung Kinder, weil es halt einfach so ist, wenn man Mama ist und ja, aber eigentlich geht es hier wirklich um uns Menschen, um alle. Also damals, wo wir dieses natürliches Lernen so praktiziert haben, dass wir uns öfter getroffen haben und ich muss dazu sagen, das war, bevor wir versucht haben, das richtig beim Kultusministerium da durchzukriegen, was viel schöner, weil da waren wir in der Natürliche drin und wir haben halt uns dann getroffen und wirklich uns selbst halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also in der Begeisterung gebracht und wieder zu gucken, okay, was macht mich lebendig, was begeistert mich. Also wie der Gerhard Hüther sagt, wir lernen, wenn wir begeistert sind, ja, also wenn mich ein Thema begeistert, dann bleibe ich dran und dann lerne ich das sehr, sehr schnell. Und so ist das egal, ob wir Kinder sind oder Erwachsene. Und mir liegt wirklich sehr viel dran, nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsenen, wieder in diese Begeisterung reinzugehen. Und wenn du begeistert bist für irgendetwas, dann ist das der richtige Weg, auf jeden Fall in dem Moment oder so lange, bis es dich begeistert hat, was mit dir zu tun. Und es macht dich lebendig und es ist sehr wertvoll, ja. Um zu spüren, wohin deine Begeisterung geht oder um dich zu begeistern, also bei Erwachsenen finden diese Begeisterungsstürme im Gehirn leider nicht mehr so oft statt, das wird ja neurobiologisch nachgemessen, musst du dich aber auch erst mal spüren. Musst du erst mal dich selber spüren, musst du deinen Körper spüren, weil der Körper nun mal maßgeblich auch mit allem zusammenhängt. Wir sind nicht nur Geist, Seele, wir sind auch Materie und Körper. Und es ist ganz wichtig, ein Gespür für dich zu bekommen und immer wieder in die Achtsamkeit zu kommen, über den Tag hinweg kurz zu atmen und zu fühlen, wie geht es mir eigentlich gerade? So, wie fühlt sich mein Rücken an? Wie fühlen sich meine Schultern an? Wie fühlt sich das an, hier gerade auf dem Boden zu stehen? Vielleicht will ich meine Schuhe mal ausziehen und wahrfuß gehen. Ja, und erst, ich glaube, dass das so kleine Schritte sind oder dass das Prozesse sind, dass man, glaube ich, erst mal in die Selbsterfahrung gehen muss ganz viel und wieder zu sich zu kommen, damit du dein Kind natürlich begleiten kannst, damit du auch mit deinem Partner natürlich sein kannst, damit du eben genau dieses, ich sehe dich im Gespräch und es geht mir eben nicht darum, hier meinen Kram zu platzieren, sondern ich bin wirklich interessiert daran, wie es dir gerade geht, damit das überhaupt stattfinden kann. Es geht nicht, wenn du die ganze Zeit gestresst bist und dich selber nicht spürst. Also es ist auf jeden Fall sehr schwer, da gehört sehr viel Achtsamkeit dazu, das dann trotzdem zu schaffen. Und auch für mich ist das immer noch ein Prozess, mich auch selber immer wieder daran zu erinnern. Und ein Lehrer hat das einmal ganz schön gesagt, dass alles, alles ist Kommunikation und Kooperation. Die ganze Natur ist voll davon und wir sind Natur. Wir kommen aus der Natur und wir sind eigentlich untrennbar verbunden und haben viele innere Spannungszustände, eben weil diese Verbindung gekappt ist oder wir sind nicht mehr, nicht mehr in der Lage sind, sie immer zu fühlen. Und am Anfang von allem stand Resonanz und Kooperation. Und nur dadurch, dass es diese Resonanz und Kooperation gab, konnte aus einer kleinen Gruppe an organischer Moleküle Leben entstehen. Damit hat alles angefangen. Und wir fangen damit an, plötzlich zu denken, Kommunikation und Kooperation ist total doof. Wir benutzen jetzt unsere Ellbogen, weil wir wollen der Erste sein, wir wollen der Schnellste sein. Und eigentlich ist das nicht unser natürlicher Zustand. Also meine Erfahrung ist anders und alles das, was ich über die Wildnispädagogik erfahre, ist komplett anders. Selbsterfahrung ist ganz, ganz wichtig. Und wieder rauskommen aus dem, ich will Recht haben, ich will dir sagen, was ich darüber denke, sondern was denkst du darüber und wie können wir gemeinsam einen Punkt finden, an dem wir uns treffen. Ja, da war wieder ein sehr interessanter Stichpunkt, Achtsamkeit, mir selber gegenüber. Und ich merke es immer wieder, das ist immer wieder das Gleiche. Also ich möchte jemandem anderen Achtsamkeit schenken. Ich kann es aber erst dann, wenn ich es gelernt habe, zu mir selber, also mir diese Achtsamkeit zu schenken. Also wie Tanja vorhin ja auch gesagt hat, dass ich einfach spüre, wie geht es mir. Ich habe eine sehr interessante Erfahrung gehabt vor einer Woche, was Kopfweh angeht. Also ich habe Gott sei Dank nicht so oft Kopfweh, aber das ist, ja, ist halt keine schöne Sache, das weiß jeder. Und ich weiß nicht, das war so ein Augenblick, wo ich gemerkt habe, also war alles in Ordnung, ich hatte keine Schmerzen und ich habe gemerkt, wie der Schmerz in meinen Kopf reingeht. Und in dem Moment habe ich gesagt, stopp. Und ich habe es gespürt, wie der Schmerz wieder meinen Kopf verlassen hat. Und das war für mich wirklich wow, das war ungefähr vor einer Woche. Seitdem, erwarte ich eigentlich, warte ich die ganze Zeit, oh, wann will nochmal Kopfweh kommen? Einfach nur, weil ich das nochmal ausprobieren will, weil ich fand das so wow. Und ich möchte sehen, ob das halt, ja, wirklich so einfach ist. Also ich glaube, sehr viele Sachen sind eigentlich einfach und wir machen alles zu kompliziert. Ja, und das wollte ich halt gern mit euch teilen, weil das hat auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Also in dem Moment war ich wirklich bei mir und ich habe gemerkt, dass ich gerade, gerade in diesem Moment Kopfweh kriege. Und ich konnte es einfach sagen, stopp, und der ist wieder gegangen. Ja, und so ist das, glaube ich, mit allem. Also ich kann wollen, wie ich will, dass mein Kind irgendwas, ich weiß nicht, natürlich ist oder was auch immer mag, wenn ich das nicht auch bei mir selber praktiziere. Ja, genau. Ja, praktizieren und es ist ja nun mal maßgeblich deine eigene innere Haltung zu deinem Kind, zu deiner Umwelt, zu dir selbst. Also das, wie du dich selber und alles um dich herum wahrnimmst. Was du eben gesagt hast mit den Kopfschmerzen, das finde ich spannend. Es ist tatsächlich, glaube ich auch, dass vieles im Grunde sehr einfach ist. Und dass alles, was mit einem natürlichen Leben und einem natürlichen Weg zu tun hat, ganz oft viel einfacher ist. Auf den ersten Blick scheint es schwierig. Als ich meine erste Nacht allein draußen im Wald verbracht habe zum Beispiel, dachte ich vorher, wie unsagbar schwierig das wird. Im Endeffekt ist das, wenn man sich nur die Fakten anguckt, ganz einfach. Weil alles, was ich getan habe, war, mich hinzulegen und versuchen zu schlafen. Und erst mal habe ich natürlich mit diesen ganzen Ängsten gedealt, die da hochkommen. Und jetzt ist es für mich überhaupt nicht mehr wegzudenken, diese Erfahrung gemacht zu haben. Oder es ist für mich das Einfachste. Es fällt mir tatsächlich sehr viel schwerer, mittlerweile in geschlossenen Räumen zu schlafen, als draußen allein. Und ja. Also das bedeutet, du hast draußen geschlafen, freier Himmel, ja? Also nicht in ein Zelt oder so, sondern, ja. Genau. Also das ist immer unterschiedlich. Ich schlafe schon auch manchmal gerne im Zelt. Aber es geht schon, also es ist auch wieder so ein Prozess. Es geht dazu, immer weniger zu brauchen. Und immer mehr das zu nutzen, was draußen schon da ist. Wenn es jetzt natürlich nach Regen aussieht, dann spanne ich mir gerne eine Plane so als kleines Dach, damit ich trocken schlafe. Aber theoretisch kann ich mir auch die Arbeit machen und mir eine Laubhütte bauen. Und die wird, wenn ich mich konzentriere, das richtig zu machen, wird die dicht sein und die wird mich wärmen. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass gerade, weil ich eine Frau bin, oft Leute sehr erstaunt darüber sind, dass ich alleine im Wald schlafe. Das passiert mir tatsächlich sehr oft. Es ist das Natürlichste der Welt, draußen zu schlafen. Wir haben das ganz lange so gemacht oder in Höhlen. Und es ist trotzdem das, was die Menschen sich am wenigsten vorstellen können, was jetzt jemand einfach mal gerade so macht. Das finde ich auch erstaunlich, dass das so absurd geworden ist. Also mit dir eine Laubhüte zu bauen, darauf hätte ich echt Lust. Okay, aber ja, also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, allein draußen geschlafen. Also im Zelt schon, aber da auch nicht alleine. Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend. Und ja, genau darum geht es halt, dass man eigentlich weniger ist oft mehr. Weniger ist mehr und das spürst du in dem Moment, wenn du eben nicht im Zelt umhüllt von Plastik liegst und morgens dann die Augen aufmachst und das Erste, was du siehst, ist der Himmel. Oder du nachts einschläfst und das Letzte, was du gesehen hast, waren die Sterne. Und es ist tatsächlich ein Gefühl von Freiheit. Und es gibt mir auch ganz viel Selbstsicherheit nochmal zurück. Es gibt mir ganz viel von meiner eigenen Kraft zurückzuwissen. Da bin ich gehalten und da bin ich getragen. Und wir haben ja jetzt nun mal den Luxus, hier in einer Region zu leben, in der es auch keine Tiere gibt, vor denen man jetzt wirklich Angst haben muss. Oder dass man denken müsste, man wird da irgendwie nachts gefressen. Es gibt nichts, was dir da draußen gefährlich wird. Außer vielleicht du triffst einen anderen Menschen, der es böse meint. Aber solche Gedanken versuche ich gar nicht zu haben. Also um nicht wieder in dieses Mangeldenken zu kommen. Wenn du mit dem Gedanken rausgehst, dass du beschützt bist und das bist du und dass du getragen bist und dann wirst du auch einen Platz finden, an dem du es bist. Und wenn du keinen findest, dann gehst du halt wieder nach Hause und probierst es ein anderen Mal. Also das ist auch ja, das zu forcieren und zu sagen, ich will jetzt unbedingt eine Nacht im Wald verbringen alleine. Für jemanden, der das jetzt zum Beispiel noch nie gemacht hat. Würde ich sagen, ist keine gute Idee. Einfach rausgehen und umherstreifen und dann spürt man schon, wo es einen hinzieht oder eben nicht. Und dann ist es halt so. Aber das sind so elementare Erfahrungen. Und wo wir es eben so ganz viel von der Selbsterfahrung hatten, so ist es eigentlich mit allem. Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen bei der Sitzplatzroutine, von der ich eben gesprochen habe, es gibt Tage, an denen kommen Vögel sehr, sehr nah. Und es gibt Tage, an denen hauen die sofort ab, sobald ich den Platz betrete und es lässt sich keiner mehr blicken. Und ich habe mich oft gefragt, liegt das am Wetter? Oder woran liegt das denn? Und natürlich ist es das, was ich mitgebracht habe. Wie ging es mir an dem Tag? Was habe ich ausgestrahlt? Habe ich mich vorher geärgert? Also es ist schon ganz viel. Es wirft dich immer wieder alles auf dich zurück. Und du kannst es gar nicht verhindern. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch brauchen. Ja, das ist auch sehr interessant mit den Tieren und mit den Vögeln oder ja, wie nah sie sich trauen an uns. Ich glaube, die spüren ja unsere Aura, unsere Energie fällt sehr, sehr stark. Genau wie Kinder auch. Also das ist ja wirklich so. Und wir fühlen das auch, wenn wir es ja nicht total verlernt haben. Und wenn wir uns trauen natürlich, uns selber zu fühlen, dann kriegen wir das schon mit, ob wir ja gerade in welcher Schwingung wir sind. Und ja, das mit den Tieren ist bestimmt sehr, sehr schön, denke ich mal, wenn die uns immer halt irgendwie näher kommen oder uns mehr Vertrauen oder so schenken. Dann, ich glaube, also das würde mir unheimlich viel Spaß machen. Und das Schöne ist, wenn du dich näher damit beschäftigst, dann findest du auch irgendwann raus, wenn ein Vogel Alarm macht, weil du jetzt da bist. Und du merkst halt, dass an manchen Tagen gibt es halt, wie gesagt, keinen Alarm. Und wenn du an deinem Sitzplatz bist und du kommst in die Stille und es ist quasi, als würdest du mit dem Platz verschmelzen. Und irgendwann, wenn du wirklich regelmäßig da bist, geht es immer schneller. Es ist eine Routine, die stattfindet und die ich so ganz wichtig finde. Du hast das vorhin angesprochen mit dem gemeinsamen Essen, das nicht mehr stattfindet, weil ganz oft die Zeit dann dafür fehlt oder so. Auch das sind Rituale oder Routinen, die wirklich maßgeblich wichtig sind für diesen Verbund der Familie auch. Und ich glaube, das macht auch eine Kultur, die Routinen und vor allem auch die Rituale, die man hat. Ja, und Tierbeobachtung ist wirklich ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Und als ich das allererste Mal alleine draußen geschlafen habe, hatte ich keine Ahnung davon, wie laut es nachts im Wald sein würde. Und dass ich jeden kleinen Käfer, der über das Laub krabbelt, wirklich total laut höre und jedes Mal denke, da kommt jetzt jemand. Und das dann aber auch wahrzunehmen. Ja, also da kommt jetzt auch eine Angst. Und da reinzugehen und das dann auch wirklich intensiv zu spüren. Oder ich wusste zu dem Zeitpunkt damals auch noch nicht, dass Rehe bellen, wenn sie sich erschrecken. Also das klingt wirklich wie ein großer, gemeiner Hund irgendwo. Und das kann einem schon Angst machen, aber irgendwann weißt du das. Und ich fand es dann irgendwie, dachte ich so, boah, ja, so weit bin ich schon von allem weg. Ich bin damit noch nie in Kontakt gekommen. Ich wusste das nicht. Ich habe das mal irgendwann gehört, aber das Geräusch wirklich live zu hören im Wald nachts, wenn alles um mich herum stockfinster ist, ist halt nochmal was ganz anderes. Und ja, das Draußensein verbindet mich immer wieder mit mir selber. Also wenn das, es ist, der Alltag ist ja ganz oft einfach sehr getaktet. Eins kommt nach dem anderen und sobald ich aber draußen bin, merke ich, wie das so von mir abfällt. Und wie ich nochmal runterfahren kann und nochmal zu mir komme und dann der Raum es wirklich wahrzunehmen, wie es mir gerade geht. Schön. Also ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann erste Musik einzuspielen, wenn du einverstanden bist, Daniel. Ja. Okay, dann machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Bis bald. Ja, und da sind wir wieder zurück hier auf Okitalk. Ja, ich freue mich schon, gleich das Thema weiter zu behandeln. Ganz am Anfang wurde was gesagt, was mich sehr geprägt hat, das war der Löwenzahn. Wir gehen und lernen das Wort Löwenzahn. Und damit haben wir das Bild zu. Was der Löwenzahn letztendlich wirklich kann, das ist wie ein Auto. Ein Auto ist ein Auto, man lernt es. Aber wie sein Auto funktioniert und wie es geht, das sollte uns neugierig machen. Ihr seid natürlich Leben und Lernen. Und Tanja Klein zu Gast. Und ich überreiche das Mikrofon an Tünde Emise. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Wir sind zurück. Ja, du hast jetzt eine sehr schöne Löwenzahn. Ja, das war ja auch unser Motto gewesen. Beim Natürlich Lernen haben wir das als Blume genommen, als Symbol. Und das ganz Interessante ist bei Löwenzahnen, wenn man das pflückt, also wenn die Samen dran sind, und du dran pustest, dann fliegen diese Samen überall hin und gehen in die Erde rein und kommen neue Löwenzahnen raus. Und ja, das ist halt auch so mit natürliches Lernen, dass wir das so natürlich weitergeben können und dann weiter wächst. Und ich gebe jetzt das Wort den Tanja wieder. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dass der Klaus das Thema nochmal aufgegriffen hat. Weil in dem Moment, in dem wir ja praktisch unsere Antwort fest haben, dass, um jetzt einfach bei dem Thema zu bleiben, das ist der Löwenzahn, ist halt der Zauber weg. Es gibt es erstmal, also die Neugierde, da noch mehr zu entdecken, ist erstmal raus. Die Aufgabe eines Wildnismentors ist, eben diesen Punkt nicht zu erreichen, erstmal, sondern einfach in dieser natürlichen Begeisterung zu bleiben und weiter zu entdecken und weiter zu forschen und noch viel mehr Fragen, also jede Frage führt dich quasi zur nächsten. Und das Benennen kommt wirklich erst, wenn überhaupt, ganz zum Schluss, wenn das Interesse am Namen der Pflanze oder am Namen des Vogels dann nicht schon abgeebbt ist. Und ja, wir haben eben ein ganz wichtiges Thema angeschnitten, nämlich so die Selbsterfahrung, die ich draußen auch ganz stark mache. Die Wildnisschule, in der ich gerade die Ausbildung mache, ist Wildnistraining.de, nennt sich die, in der Eifel, bei Uwe Belz. Und was dort so schön ist, ist auch, du lernst, also, du lernst dort nicht die ganze Zeit mit Uwe irgendwelche Skills, sondern zu jedem Thema gibt es einen anderen Lehrer oder eine Lehrerin, weil eben jeder ein anderes Potenzial und andere Talente mitbringt. Und das ist eigentlich so übertragen, eigentlich das, was natürlich das Lernen auch so ein bisschen ausmacht oder was ich so sehe, was meine Aufgabe als Mutter oder ja, als Begleiterin von jungen Menschen ist, zu erkennen, wo das Potenzial ist, welche Gaben jeder mitbringt. ich glaube ja immer noch ganz fest in mir drin ist irgendwie so das Gefühl, dass jeder von uns bringt so was mit. Man kann das auch vielleicht Aufgabe nennen, das ist mein Gefühl dazu. Und das zu erkennen und das rauszukitzeln, dass jeder für die Gruppe irgendwas mitbringt. Jetzt ist der eine vielleicht nicht gut im Feuer machen oder ist handwerklich nicht so begabt und kann dafür aber ganz andere Sachen mitbringen oder ist einfach ein guter Zuhörer. Aber jeder bringt irgendwas mit, was für alle wichtig ist. Und wie können wir eigentlich unser eigenes Potenzial selber spüren oder wie können wir überhaupt spüren, wo es uns gerade hinzieht, das hatten wir eben schon mal, indem man überhaupt erst den Raum hat, selber wahrzunehmen, was man gerade braucht und was man sich gerade wünscht und wie es einem gerade geht und was ich vorhin gesagt habe in Bezug auf mit den Vögeln, dass es immer einen Unterschied gibt dazu, wie nah die wirklich rankommen und dass es maßgeblich damit zusammenhängt, wie es mir auch gerade geht oder was ich mitgebracht habe und manchmal merke ich es selber gar nicht und dann kommt auf einmal, ah, ja, da war ich ja schon ganz schön wütend heute und wahrscheinlich ist davon immer noch was da. so geht es einem tatsächlich auch bei allem, was man draußen tut. Wenn du wirklich mal versucht hast, ein Feuer anzumachen, weil es super kalt ist und es wirklich nötig ist, dich zu wärmen und du hast einfach nichts zur Verfügung außer Holz und du einfach durch diese Reibung versuchst, ein Feuer zu entfachen und du das das erste Mal geschafft hast, was wirklich schwierig ist. Also es braucht Übungen und es braucht auch ein Wissen dafür, welche Hölzer miteinander gut können und welche nicht so gut. Da haben die nativen Völker auch so eine ganz schöne Idee davon, dass du musst dir halt vorstellen, dieser Trillbohrer, mit dem du das Feuer machst, besteht aus einem Brett, das unten liegt mit einem Loch und einer Kerbe und dann hast du die Spindel, die in dieses Loch reinkommt und die durch Bewegung, durchs Drehen, durch diese Reibung eben einen ganz feinen Holzstaub erzeugt, der praktisch dann für deine Glut verantwortlich ist. Und jetzt sagen die nativen Völker, dass dieses Brett eben der weibliche Teil ist und die Spindel ist das männliche und daraus geboren wird dann das Feuerkind. Und es berührt mich immer wieder so sehr, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, weil das wirklich, also man kann das fühlen, wenn du es wirklich mal gemacht hast, es ist wirklich wie eine Geburt und jeder, der selber Mutter ist und ein Kind bekommen hat, weiß, das ist auch nicht immer ein Spaziergang und es ist wirklich, dieses Feuer wird geboren, das ist tatsächlich so und auch da ist natürlich, warum klappt das an manchen Tagen und an manchen Tagen klappt es gar nicht, wenn du das richtige Holz hast und wenn du schon oft geübt hast und du hast eine gute Technik, es hängt nicht an der Technik und es hängt immer maßgeblich an dir. Und diese ganzen Survival-Fähigkeiten sind ein schöner Aspekt, aber beim Survival geht es ja ganz oft so, für mich hat das ganz oft so was von Überleben und Kampf und ich muss überleben und das ist aber das worum es bei der Wildnispädagogik eigentlich gar nicht geht, weil es geht darum, dass ich viel größer zu machen, viel, viel größer und es geht immer ums Wir, es geht immer darum, nicht gegen die Natur und aus der Natur rauszukommen, sondern mit der Natur und mit dem, was da ist, einfach umzugehen und was das bei mir ausgelöst hat, also die Wildnispädagogik hat mir zum Beispiel auch gezeigt, was ich vorher alles gedacht habe, was ich nicht kann. Ich dachte nämlich, solche Sachen wie ein eigenes Messer bauen, ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich gut kann, das ist zu handwerklich für mich oder ich bin handwerklich unbegabt, solche Glaubenssätze, die dann da auch ganz schnell aufgelöst werden, weil eigentlich können wir so prinzipiell erstmal alles, wenn wir uns den Raum geben, das zu probieren. Und ja, auch es geht eigentlich darüber hinaus, es findet nicht nur in diesem Raum statt, es findet nicht in diesem Kurs statt, es findet nicht draußen im Wald statt, eigentlich findet es den ganzen Tag statt, in jedem Gespräch, das du mit jemandem führst, geht es eigentlich immer darum, dich selber zu spüren und den anderen zu spüren und wenn man jetzt über dieses Thema von Survival hinaus guckt und weg geht von dem, ich muss das schaffen oder so und das wirklich wahrnimmt und sieht, es ist viel größer und es geht darüber hinaus und es geht immer darum, Verbindung zu schaffen, genau das, was ich eben gesagt habe von Kommunikation und Kooperation in der Natur habe ich übrigens ein ganz schönes Beispiel für diese Resonanzphänomene, die in der Natur stattfinden, die beobachtet man ganz oft eigentlich in der Tier- und Pflanzenwelt, aber eins, was jetzt glaube ich sehr bekannt schon ist und was ich persönlich sehr faszinierend finde, ist, dass Bäume, also wenn ein Baum von einem Schädling befallen wird, dann sendet er Botenstoffe aus, die den anderen Bäumen, die noch nicht befallen sind, ermöglicht, eine Abwehrsubstanz zu bilden gegen genau diesen Schädling und also wenn das mal keine Kooperation ist, dann weiß ich es auch nicht und wenn wir das eigentlich mal von dieser Perspektive aus sehen, dass das alles um uns herum miteinander kooperiert und wir angefangen damit unseren Kindern zu erzählen, wenn sie sechs Jahre alt sind, du musst jetzt gucken, dass du das schaffst, weil jetzt ist jetzt ernst, jetzt fängt der Ernst des Lebens an und dann fangen die Vergleiche an und dann da ist nicht viel mit Kooperation, da ist nicht viel Raum dafür zu sagen, wir schaffen das zusammen und das finde ich halt so besonders schön, zum Beispiel auch an den Leising-Schulen, die auch dieses altersübergreifende Lernen haben, wo die Großen den Kleinen noch was zeigen und das so quasi ganz von alleine geht und das ist ja eigentlich auch das, was wir über viele hundert Jahre gemacht haben, dass ganz klar war, da sind unsere Ältesten und die haben das ganze Wissen und die geben das immer weiter und das von Generation zu Generation immer die Jüngsten auf die Nächstälteren schauen und dann auf die Jugendlichen, auf die Erwachsenen und dann auf unsere Ältesten und unsere Ältesten haben in unserer Gesellschaft gerade ganz wenig Raum, finde ich. Ja, also was mir da auffällt in heutiger Gesellschaft ist es halt nämlich so, dass leider dieses die Älteren halt gar nicht mehr, also wir gucken an Kugel was sagt, statt die Oma zu fragen und das ist leider wird ja uns auch so gelernt mittlerweile, dass wir die gar nicht mehr akten, die Wissen von der älteren Generation. Da ist aber noch was anderes, was mich momentan beschäftigt in der Richtung. Früher war es ja auch so, dass wenn irgendein Volk was rausgefunden hat, ob das jetzt das ist, wie mache ich Feuer oder jetzt sage ich mal was ganz anderes, wie stelle ich freie Energie her, ist halt ein ganz anderes Thema, aber es ist einfach so, dass ich davon überzeugt bin, dass das geht, dann wurde das einfach weitergegeben an der nächsten Generation und heute geht es darum, wenn ich etwas rausfinde, dann kommt ein Patent drauf und wird daraus Geld gemacht und es geht nicht darum, dass man das weitergibt, sondern es wird daraus ein Geheimnis gemacht, ja, das geht, aber wie, das sage ich der nicht und das ist halt wiederum dieser Konkurrenzkampf und davon wegzukommen, das wäre so schön, also das wirklich einfach hier nicht mehr das Wissen, also es ist unheimlich viel Wissen da, aber jeder schützt sein Wissen, oder nicht jeder, aber viele, weil das Gefühl hat, Geld aus sein Wissen machen zu müssen, damit der überlebt, obwohl eigentlich der Natur uns alles gibt, um zu überleben, aber da wir das vergessen haben und glauben, dass wir das Geld brauchen, um zu überleben, obwohl wir das eigentlich nicht essen können, ist das halt leider so, dass das Wissen uns enthalten wird, nicht nur enthalten wird, sondern meistens ja, sehr viel Lügen erzählt werden, beziehungsweise nicht nur Lügen, sondern was ich noch viel schlimmer finde, sind die Halbwahrheiten, wenn ein bisschen wahr drin ist, und ein bisschen Lüge, und das gemischt ist, und dann denkst du, ah, der hat das und das, okay, das ist wahr, das weiß ich, und dann ist aber der Rest gelogen, und dann stehst du doof da, ja, also das wäre so schön, wenn wir dann Wissen wirklich wieder verbreiten ist Energie, und wenn ich vom Herzen gebe, kommt vom Herzen zurück, und wenn ich den Mangelgefühl nicht habe, dann denke ich nicht erst mal, okay, was bringt mir das Geld mäßig, sondern ich gebe dann einfach vom Herzen und ich kriege vom Herzen zurück, und was ich immer wieder auch gemerkt habe, meistens, also ich kriege es immer zurück, aber sehr oft nicht von denjenigen, aber nur, wenn ich in Vertrauen bin, dass ich immer das kriege, was mir zusteht und was ich brauche. Genau, ich glaube, dass im Vertrauen sein hat ja auch ganz viel mit unserem Urvertrauen zu tun, also auch das, was ich eben angesprochen habe, von zu wissen, dass man getragen ist, und ich glaube, dass nicht immer einfach ist, im Vertrauen zu bleiben. Ich glaube, es braucht auch die Erfahrung, dass es wirklich so ist und dass du wirklich das bekommst, was du brauchst, um das eben für dich selber auch zu spüren und dann ist es halt auch erst wahr für dich. Die Natur gibt uns, was wir brauchen, das stimmt, aber es ist natürlich auch, wenn wir jetzt alle von heute auf morgen komplett draußen leben müssten, dann wäre das, glaube ich, nicht so schön und nicht so einfach für jeden. Weil also bei uns im Kurs hat das meine Teilnehmerin gesagt, dass was sie dazu gebracht hat, diese Fertigkeiten zu lernen und zu lernen, alleine draußen gut klar zu kommen und auch eben dort im Klaren miteinander, also das überhaupt mal zu spüren, wie das ist, im Klaren draußen zu sein, war auch, dass sie für sich das Gefühl hatte, ja, ich habe zwar einen Job und ich habe eine Wohnung und ich verdiene genug Geld, aber ich bin irgendwie nicht überlebensfähig. Weil was ist denn, wenn das ganze Zeug um mich herum plötzlich weg ist, was mache ich dann? Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke und ich finde das ganz schön und spannend. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Krisensituation oder irgendwas anderes Schlimmes, was passiert, um uns Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich wirklich, also was unser Ursprung ist und was wir wirklich brauchen. Wahrscheinlich ist es auch bei jedem ein bisschen was anderes, aber die Grundbedürfnisse sind glaube ich klar. Und ja, jetzt finde ich es auch spannend, dass dann, also man kann ja quasi schon von einer Wildnisbewegung sprechen, weil es wirklich immer mehr Menschen werden, die daran interessiert sind und die intensive Naturerfahrung wollen und die Naturverbindung wollen und bei allen ist so der Antrieb aber ähnlich und bei jedem mit dem ich in Kontakt komme, der an dem Thema dran ist, spüre ich einfach, was es mit ihm macht und dass sich wirklich so ein innerer Frieden da auch irgendwo einstellt, also sobald dieser Kontakt eben wieder hergestellt ist, es ist so die Grundsicherheit und das Urvertrauen, von dem du eben gesprochen hast, es ist alles da, es ist für mich gesorgt und ich kann das und es ist auch ein Weg, wieder mehr ins Selbermachen zu kommen, also wenn du mal angefangen hast, dir Sachen selber herzustellen und dir einen Löffel zu schnitzen und so, das ist viel Arbeit, aber das ist so eine erfüllende Arbeit und dann macht dir das Freude und es macht dir Spaß und du kommst auf einmal da drauf, ich kann ja noch viel mehr selber machen, ich muss nicht alles einkaufen, wenn ich mich mit Pflanzen gut auskenne, dann weiß ich, dass ich mit voll meine Wäsche waschen kann zum Beispiel oder dass ich auch Spülmittel machen kann oder dass ich Seife selber herstellen kann, ich meine Haare damit waschen kann oder wie auch immer und das sind alles nur so kleine Schritte und trotzdem bringt es dich alles wieder mehr zurück dazu, dass du mehr in deine eigene Kraft kommst und wenn du da bist, dann kannst du auch was weitergeben dann kannst du dein Kind anders begleiten dann kannst du in deiner Partnerschaft anders da sein du hast eben davon gesprochen wenn du aus dem natürlichen raus fällst das dann überhaupt wieder zu merken und das ist glaube ich so der erste Schritt wenn du selber merkst dann die Schritte zu gehen die es für dich braucht wieder rein zu kommen und wenn du aber merkst dass es deinem Kind so geht oder deinem Partner oder egal wem mit dem du gerade in Kontakt bist und du bist aber bei dir dann ist es überhaupt kein großes Ding bei ihm zu bleiben oder bei ihr zu bleiben weil wenn der eine bei sich ist dann hat der andere gar keine Wahl als das auch zu machen wenn einer aufhört den anderen wie ein Objekt zu behandeln dann geht der andere mit weil weil es eben natürlich ist und weil es unser Ursprung ist ja das ist sehr schön genau dann geht der andere einfach mit so soll es auch sein ja also ich sehe wir machen jetzt bald noch eine Musik Pause und zwar da kommt die Sarah Lesch mit dem Testament vielleicht kennen viele von euch also es ist ein sehr sehr schönes Lied und es hat schon sehr viel mit ja eben damit zu tun dass wir halt nicht in den natürlichen sind ja viel Spaß beim Zuhören Play auf Mikrofon zu und gleich geht's los mit Sarah Lesch noch ein bisschen Geduld der Player ist noch stumm und gleich wird er freigeschalten ja soll ich ihn freischalten dann mache ich das mal und Musik ab und Musik ab ja hallo wieder zurück ja die Sarah Lesch also gefällt mir auch sehr sehr gut was sie da singt weil das trifft den Nagel auf den Kopf ja also ich wollte jetzt die Tanja fragen weil sie macht ja diese Ausbildung von Bildnis Pädagogen was sie denn jetzt damit also wenn sie damit fertig ist wie sie da weiter was sie genau machen möchte dann damit also am Anfang der Sendung hatte ich dir ja schon mal was gesagt so von diesem innerlichen versprechen dass ich so irgendwie für mich gegeben habe und ganz wichtig für mich ist dass das Wissen dass ich dort lerne oder das was eigentlich ja sowieso schon da ist in mir drin ist auch weiter zu geben ich habe eine Vision davon wie in möglichst vielen Orten möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben am Feuer zu sitzen sich auszutauschen und elementar wichtiges Wissen über die Natur und über uns selbst von anderen zu erfahren und mir wäre wirklich wichtig dass so viele Menschen wie möglich dieses Wissen auch weitergeben und auch diese handwerklichen Skills sind eigentlich nur Wege dazu um uns immer wieder auch zu erinnern an das worum es eigentlich wirklich geht und dass das eigentliche das miteinander ist und dass wie wir miteinander umgehen und wie wir in Beziehung treten miteinander und ob überhaupt Beziehung stattfindet ist ja auch eine sehr interessante Frage ja und da möchte ich bald schon Kurse anbieten oder Räume schaffen in denen Menschen groß und klein und jeder der sich dazu berufen fühlt und Lust hat auf wirklich intensive Natur Verbindung das mit mir erleben kann damit ich das was mir da so auf der Seele und auf dem Herzen brennt auch weitergeben kann und natürlich ein ganz großes Anliegen also das ist ja mein Thema überhaupt ein Stück weit weg also ich mag das Wort Erziehung eigentlich schon gar nicht mehr in den Mund nehmen aber da auch nochmal mehr so den Blick drauf zu lenken auf die Beziehung und wieder Verbindungen zu schaffen zwischen Erwachsenen und Kindern ich habe gemerkt am einfachsten geht das wenn man lernt wieder zu spielen also wenn wir Erwachsenen wieder ins Spiel kommen das Werkzeug zum Lernen überhaupt also wir sind wir kommen auf die Welt und sind wie André Stern das immer so schön sagt ausgestattet mit dem bestmöglichsten Werkzeug um zu lernen nämlich das Spielen und wenn wir da wieder reinkommen auch als Erwachsene und wieder dieses kindliche Spielen und diesen Forschertrang in uns verspüren dann begegnen wir auch unseren Kindern wieder anders und dann können wir vielleicht auch also ganz oft hört sich immer so an als würde ich die Schule so verteufeln aber das ist nicht unbedingt so ich denke nur dass es vielleicht an frischen Impulsen fehlt und wenn möglichst viele Menschen eine andere innere Haltung zum Thema Lernen haben dann glaube ich dann glaube ich dass wir da auch ganz viele neue frische Impulse reinbringen können ja aber mein Weg ist jetzt erstmal einen Raum zu schaffen in den Menschen intensive Naturverbindung erfahren können und das wenn es geht natürlich auch in Schulen und Kindergärten zu bringen und vor allem auch Menschen die Möglichkeit zu geben vielleicht das auch erstmal in einem geschützten Rahmen zu machen weil nicht jeder traut sich sofort eine Nacht allein im Wald zu verbringen gibt es ja auch viele Sachen die man vielleicht beachten muss und erstmal so in einem geschützten Rahmen solche Erfahrungen machen zu können ist glaube ich sehr wertvoll und sich daran zu tasten und jeder der mal mit einer Gruppe in dem Maße draußen war und über dem Feuer gemeinsam gekocht hat und dafür gesorgt hat dass von allem genug Wasser da ist dass es warm genug ist und so wird auch erfahren was es bedeutet in der Gemeinschaft zu sein weil das ist was ganz anderes wenn du wirklich die ganze Zeit draußen bist also das bringt dich ja auch irgendwo ein Stück es ist nicht nur dass es dich näher zu dir bringt es bringt dich näher zu dir aber es bringt dich auch näher an deine Grenzen und das ist ganz wichtig um da auch nochmal so die Brücke zu den Kindern zu schlagen ich habe es heute erst gelesen so man sagt das immer so einfach dahin so Kinder brauchen Grenzen was was ich für nur halb oder zu wenig differenziert halte weil was wir alle eigentlich brauchen ist Kontakt mit Menschen die ihre eigenen Grenzen kennen das finde ich eigentlich was was wichtig ist also darf ich ich habe letztens noch in einer Sendung gehört Grenzen existieren nur bei uns im Kopf ich glaube das war Magnolo wir brauchen Begrenzungen Begrenzungen und es sind Grenzen sind Begrenzungen wenn man das so sieht und meine Frage ist gleich auch noch wir haben ja ein paar Zuhörer vielleicht mag der eine oder andere auch was sagen wenn ihr den Talk eröffnen wollt ich schaue nur auf die Uhr dass wir noch vielleicht ein paar Stimmen vielleicht reinbekommen ja hallo ja sehr gerne also wenn jemand mitreden möchte dann bist du mit dem Mikrofon wackeln ich hole gerade mal unsere User rein wir haben hier auch die Magda die hat zumindest angedeutet dass sie was sagen wollte und ist ihr Mikrofon bitte zumachen weil das gibt Echos ein bisschen ja der Jenny ist da und der Roman ist da die Magda ist da und die Magda ist ein Mikrofon Magda bitte Hallo zusammen also ich hätte da noch eine Frage und zwar wenn das mit dem Survivor also im Wald ob die Kinder da auch lernen was der Pflanzen man essen kann was für Bäume es gibt die man nutzen darf oder ja überhaupt ob die Kinder eben da ja einiges dazu lernen mit was sie sich ernähren können und was gut für sie ist danke das ist echt eine tolle Frage ja das gehört dazu also es richtet sich natürlich immer wenn also wenn ich jetzt eine Gruppe von Kindern da habe dann bringt natürlich jeder sein eigenes Interesse mit aber da wir ja auch draußen kochen und wir auch Kräuter dafür in der Natur sammeln geschieht das quasi nebenbei es ist ganz wichtig dass dass Kinder wissen was sie sammeln können und was nicht aber natürlich bin ich da begleitend dabei und die Kinder gehen nicht völlig alleine und unbegleitet raus und sammeln Kräuter bis dann nicht eine sichere Bestimmung einfach stattfindet beziehungsweise bereiten wir das ja nachher gemeinsam zu und ja aber das ist schon wichtig und ich finde es ist ja eine riesen Fülle an Pflanzen und auch was die Bäume uns schenken oder es ist ja nicht nur dass es als Nahrung dient sondern es sind ja auch viele Heilkräuter und einige Bäume wirken sogar schmerzlindernd und deshalb muss man ja auch schon ein bisschen gucken in welchem Maße man das auch alles genießt aber ja das ist auf jeden Fall fester Bestandteil der Wildnis-Pädagogik vielen Dank für die Frage ja dann oh Entschuldigung ja also ich finde das sehr wichtig Mikrofon genau danke dass die Kinder eben dieses Wissen haben und was kann man den Kindern eigentlich mehr mitgeben als dieses Wissen wie man eben halt auch sich ernährt und sich selber heilen kann und das finde ich schon sehr sehr spannend ja Dankeschön hat sonst noch jemand eine Frage oder möchte gern was dazu geben also ja gerne ich möchte vielleicht einmal danke für diese sehr interessante Sendung ich möchte vielleicht das nochmal so neu ergänzen wie toll so die Wildnis-Pädagogik ist anhand so von einem eigenen Erlebnis auch ich durfte mich auch mal so mit der Kammer Kinder im Wald mit einer Bildnispädagoge begleiten und da haben so 50% der Kinder zum Beispiel die Augen verbunden und die anderen 50% haben einen Freund dann an die Hand genommen und haben ihn so durch den Wald herumgeführt und haben ihn dann irgendwann beim Baum stehen lassen und da hat das Kind den Baum ertasten erfüllen müssen also dürfen besser gesagt nicht müssen und dann sind sie wieder ins Lager zurückmarschiert dann haben sie die Augenbinde abgenommen und die Aufgabe war dann den Baum wiederzufinden und die Erfolgsquote war echt immens hoch also ich glaube über 80% haben die Kinder wirklich toll den Baum gefunden wie gesagt auch mit Löffelschnitzen und auch meditativ mit Musik haben sie sie auch gemacht und fröhliche Tanzmusik haben sie gemacht das war so ein schönes Erlebnis und da sieht man dann auch wie die Kinder dann zu Hause daheim ruhig sind ausgelassen sind wirklich bei sich sind und nicht so hyperaktiv wenn man sie eben so in der Stadt wenn sie nur rein städtische Erlebnisse haben aber ich möchte da eigentlich noch ein bisschen weiterlauschen bei euch und freue mich dabei sein zu dürfen Ja total schön was du erzählst dieses Wahrnehmungsspiel das kenne ich auch und ich bin auch immer wieder erstaunt darüber wie zielsicher nachher dieser gleiche Baum wiedergefunden wird und als würde man es quasi vor dem inneren Auge sehen allein nur dadurch dass man es mit der Haut ertastet die Rinde und es ist tatsächlich das was du sagst ist auch meine Beobachtung dass wenn die Kinder eben in diesem natürlichen Erfahrungsraum haben und ein bisschen raus sind also du hast jetzt den städtischen Raum angesprochen das ist ja schon auch eine starke Reizüberflutung die da stattfindet natürlich gewöhnt sich das Gehirn zu einem großen Teil irgendwann da dran und man nimmt den Lärm dann irgendwann nicht mehr so wahr aber das kann ja eigentlich nicht zielführend sein ja dankeschön sonst noch jemand und jene möchtest du auch was sagen ja ich möchte mich auch bedanken für den ja ich warte nochmal kurz ja danke für die Informationen und es ist eine tolle Sendung und ich mag da gerne noch einen Tipp zu geben was jeder für sich selber machen kann ist wenn man dann auch schon in der Natur ist direkt Verbindung mit der Quelle aufnehmen sich hinsetzen mit den Handrückflächen auf den Oberschenkel aufrecht sitzen und so eine Kutscherhaltung einnehmen und um Hilfe bitten für Körper Geist und Seele und ja dann merkt man sofort wie die Kraft und das Kribbeln durch einen durch geht das ist immer so ein so ein kleiner Tipp den ich immer gerne geben mag weil das jeder einfach so für sich tun kann und ja was Gutes ist ja das ist wirklich ein guter Tipp und hilft enorm also allein schon nur das Bitten darum hilft schon enorm da hast du vollkommen recht die Erfahrung habe ich auch gemacht was mir auch immer ganz gut hilft ist dann danach die Hände in die Erde zu stecken oder Erde in der Hand zu haben und das dann auch wirklich über die Haut auch wahrzunehmen ja das ist wirklich eine gute Methode um möglichst schnell in Kontakt in Verbindung zu kommen und sich nochmal zurück zu verbinden ja also ich denke das ist wirklich was sehr sehr schönes was wir wirklich jeden Tag machen sollten uns mit der Natur verbinden das würde uns auf jeden Fall viel Energie geben und uns vielleicht ein bisschen rausholen aus der Konsumwelt sage ich jetzt mal so ja jetzt ich frage mal Tanja einfach so schlusswortmäßig was sie noch gerne dazu geben möchte und ja was ich also was was ich finde was vielleicht noch ganz wichtig wäre zu sagen ist dass gerade dann wenn wir uns gestresst fühlen oder wenn wir das Gefühl haben jetzt irgendwie auch noch rausgehen ich will ich habe jetzt so viel gearbeitet ich will mich jetzt nur noch auf die Couch legen und mich berieseln lassen oder so gerade dann einfach einen Rucksack eine Flasche Wasser rein vielleicht was zum draufsetzen und wenn es nur ein Stück Zeitung ist irgendwas was gerade da ist es muss nicht hier die Mega Ausrüstung sein es muss auch nicht immer das große Naturerleben sein es reicht vielleicht auch wenn man einen einigermaßen nicht so stark frequentierten Platz kennt in der Natur wo jetzt nicht ständig Leute vorbeikommen sich dahin einfach mal eine Stunde zurückzuziehen und einfach nur da zu sein und dann zu merken wie so der grüne Akku plötzlich wieder aufgeladen ist und das ist eine ganz andere Art von Energie die dann durch uns durchfließt also ganz anders als wenn man den Abend jetzt irgendwie auf der Couch oder im schlimmsten Fall noch vor einem Fernseher verbracht hätte und vielleicht gerade in den Momenten in denen man das Gefühl hat nee ich lege mich jetzt lieber hin einfach rausgehen und gucken was macht das dann mit mir und wenn man dann mal die Erfahrung gemacht hat was die Natur uns gibt dann kommt das ganz automatisch dann werden diese Dinge zu Kernroutinen und ja dann letztendlich zu Gewohnheiten die irgendwann nicht mehr wegzudenken sind auch ja und was mir als Schlusswort auch noch so ganz wichtig ist was mir sehr am Herzen liegt ist jeder Mensch der mal so eine intensive Naturerfahrung gemacht hat oder der das spürt wie gut ihm das tut der fängt auch an die Natur wieder zu lieben und was man liebt das schützt man auch und nur wenn ich mich mit der Natur verbunden fühle da habe ich auch ein Interesse daran sie zu bewahren und sie zu schützen und das ist mir auch sehr wichtig das noch mal so ins Bewusstsein zu bringen also das gehört so mit zu meinem Auftrag würde ich sagen ja darf ich noch? ja was darf man denn den Schulen für einen Auftrag mitgeben wenn man heute das Regelschulsystem so sieht also ich in meiner Jugend wir haben noch Steinbrüche besucht wir sind in die Natur gegangen und da vermisse ich doch schon einen großen Anteil was würdest du dir denn wünschen wie in welcher Form sich so Regelschulen vielleicht doch verändern könnten und diesen Antrieb auch wirklich ernsthaft dann vielleicht entgegennehmen dass man zumindest ein Spektrum mehr wieder zum natürlichen Lernen vielleicht ein Teil zumindest wieder herbekommt denn ist das Kind fröhlich und glücklich lernt es auch besser so sagt man mit Freude genau da hast du recht das geht uns ja allen so in einem Setting in dem wir uns schlecht fühlen oder in dem wir uns bewertet fühlen können wir nicht gut lernen da können wir uns nicht gut entfalten da ist der Raum dafür einfach nicht da das könnte jetzt eine ganz große Antwort geben weil da hätte ich ganz viele Impulse an das Regelschulsystem aber ich beschränke mich jetzt einfach mal auf mein Thema und auf die Naturverbindung und da könnte man mit ganz kleinen Sachen schon anfangen indem man einfach wenn man in Biologie beispielsweise verschiedene Pflanzen und Bäume durchnimmt nicht tote abgepflückte Pflanzen im Biologielsaal rumzureichen sondern vielleicht einfach mal rausgehen und zu gucken wo wächst die Pflanze und dann zur nächsten Frage zu kommen was braucht die denn um zu wachsen warum wächst die hier und nicht 300 Meter weiter auf der anderen Wiese was ist denn hier anders das wäre dann eine natürliche Art zu lernen ganz natürlich wäre es natürlich dann wenn man auf die Interessen der Kinder gerade eingeht jetzt ist das bei großen Klassen mittlerweile ja weit über 20 Kinder in einer Klasse wahrscheinlich für einen Lehrer sehr schwierig aber ich glaube dass da wirklich schon kleine Mittel eine große Veränderung schaffen könnten einfach es gibt ja mittlerweile auch Schulen die Waldtage fest eingeführt haben die Montessorischule hier in Saarbrücken zum Beispiel hat ganz feste Waldtage wo die in jedem Halbjahr mindestens einmal den ganzen Tag von morgens 8 bis mittags um 4 im Wald sind und dort auch kochen und was ich da von den Lehrern auch als Feedback bekommen habe ist dass das denen auch unheimlich gut getan hat und wie die Kinder dann auch danach ganz anders wieder offen sind für den offen für den geschlossenen Raum wieder auch also weil die Akkus auch wieder aufgeladen waren ja mein stärkster Impuls ist natürlich das Benotungssystem abzuschaffen das wäre mir ganz wichtig weil ich das für grundlegend falsch halte ja was jetzt aber natürlich nicht primär mit den Naturerfahrungen in Zusammenhang hängt aber ich glaube wenn dieses starke Bewerten weniger stattfinden könnte wenn man einen Raum schaffen könnte in dem in dem es erstmal sein darf dann wird es den Kindern schon ein bisschen besser gehen und es gibt ja mittlerweile wirklich genug die schon als nicht mehr beschulbar gelten und da wird sich dann relativ wenig gedanken darüber gemacht warum das so ist also warum sind denn immer mehr Kinder nicht beschulbar und ja ich kenne schon viele Schulen die auf einem guten Weg sind und ich will das auch gar nicht so und so negativ sehen sondern ja ich würde gerne ich würde gerne an Regelschule den Impuls geben mehr Zeit draußen verbringen dass es hat niemals jemand behauptet dass es gut ist dass ein Klassenzimmer maßgeblich vier Wände hat man kann überall lernen ja genau also man kann nicht nur überall lernen sondern ich finde Leben ist lernen wir lernen jeden Tag und wenn wir aufgeschlossen sind und Spaß daran haben dann lernen wir noch viel besser also dann bleibt uns das auch und dann forschen wir auch gerne nach und machen wir auch gerne was daraus ja ich möchte mich gerne bei der Zuhörer bedanken und bei der Tanja Klein natürlich bedanken dass sie heute hier bei uns war und und den Zuhörer auch wie gesagt und ja also es war meine erste Sendung ich bin irgendwie immer noch ein bisschen nervös aber es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht mit euch und danke für zu hören wir werden jetzt den letzten Lied einspielen und ja also danach geht es ja weiter um 20 Uhr genau mit Viktor Heidinger ja also dankeschön und ja ich hätte dann noch eine kurze Frage Moment und zwar wollte ich fragen ob die Tanja eine eigene Webseite hat oder wie man sie erreichen kann falls natürlich junge Mütter auch sich dafür interessieren ob da irgendwas im Netz von ihr bekannt ist im Moment habe ich eine Facebook-Seite Familienbegleitung und Entspannungspädagogik Saarbrücken ja und meine Webseite zum Thema Wildnispädagogik die ist auf jeden Fall bald fertig denke ich das ist in Arbeit ähm ja aber vorerst kann man mich über meine Facebook-Seite erreichen genau ja das ist ja toll ja das war die letzte Frage die ich hatte finde ich gut vielen Dank auch dir für deine tolle Sendung mit der Tünde ja ich bedanke mich für eure Fragen ich finde das total schön wenn da so ein Feedback zurückkommt und man in Interaktion kommt das ist ja auch an diesem Radioformat für mich das Besondere ja dankeschön gut okay also dann kommt jetzt der letzte Musik wir verabschieden uns für heute und freuen uns natürlich auf den nächste Sendung das ist der Viktor Heidiger der schon bei uns auf dem Surfer ist heute gibt es eine Überraschung ja danke an euch ihr Lieben draußen an den Boxen natürlich an unsere Mitredner vor allem an Tanja Klein und natürlich an die Tünde Emese für die gute Moderation ihre erste Sendung man darf sie loben denke ich Jenne oder auch lieber Roman Magda das war doch eine tolle Sendung heute Abend für den Einstieg oder ja sehr schöne Sendung und sehr gut moderiert und ja freuen wir uns doch auf die nächste Sendung die du machst und uns vorbereitest vor allem eine sehr sehr wichtige Sendung weil unsere Kinder doch nicht nur unsere Zukunft sind sondern auch uns selbst Boxen bereichern ja uns wieder Kind werden lassen sein lassen können Dank genommen für das alles ja ja danke danke ein Danke ist immer was Schönes wir können heute ganz pünktlich um 20 Uhr anfangen kein Stress alles ist gesagt worden naja sicherlich nicht alles denke ich und dieses Thema wird sicherlich nochmal ein zweites drittes Mal sicher auf den Sendeplan erscheinen weil das unsere Zukunft ist unsere Kinder wir gestalten gemeinsam statt einsam und ich bedanke mich und jetzt bin ich gespannt auf den nächsten Song und ein Player wird freigeschaltet bestimmt da wird noch ein bisschen geübt das ist live hier auf OKITALK und ich überreiche nochmal ja jetzt ist der Musikplayer frei so und euch einen schönen Abend gleich 20 Uhr hier bei OKITALK und Viktor Heidinger bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.